ja sowas kann er normalerweise nicht durchgehen lassen vielleicht war hier der spielaufbau einfach einen tick zu berechtigt jedenfalls steht am ende der ballverlust wenn das spiel das nächste mal unterbrochen wird steht wohl ein wechsel bei den gästen und wieder hat er den verzweifelten gegenspieler erfolgreich vom ball getrennt da hat er sich exzellent durchgesetzt er kriegt die unterstützung die er in dieser situation braucht bett attackiert balleroberung im mittelfeld und chipt gatt Felix klaus jetzt ist er durch spielt sich herrlich frei ganz starke aktion vom abwehrspieler jetzt hat er den platz den er braucht eine wichtige balleroberung im mittelfeld ganz souverän gehalten vom keeper und jetzt ist der pokal schon fast greifbar sie sind in der runde der letzten vier und das ist jetzt keine träumerei mehr jetzt ist es wirklich möglich nehm und Untertitelung des ZDF, 2020